Es sieht so aus, als würden wir so weit vorbereitet sein, wie es eben geht, in Anbetracht der großen Nachfrage und des großen Interesses an dem Thema. Nochmal einen wunderschönen guten Abend. Zuerst einmal will ich ganz kurz mich vorstellen. Mein Name ist Claudia Heid. Ich bin Mitglied im Vorstand der Europäischen Linken und in diesem Kontext natürlich ganz selbstverständlich beschäftigt mit der Frage dessen, was sich zuerst als Ukraine-Krise und jetzt als Ukraine-Bürgerkrieg entfaltet hat. Und ich freue mich sehr, dass wir heute Abend ein Podium haben mit drei Menschen, die wichtige Beiträge leisten können zur Frage dessen, wer in der Ukraine eskaliert, was die Eskalationsmomente in der Ukraine sind. Ich werde zuerst André Hunko das Wort geben. Er ist Abgeordneter der Linken, sitzt im Europaausschuss und ist gleichzeitig in der Parlamentarischen Versammlung des Europarats und war erst vor kurzem im Osten der Ukraine. Sehr schön, dass du da bist. André, ich freue mich. Helmut Markow werde ich später vorstellen, wenn er dran ist. Und dass wir heute Abend den Ehrengast haben, Herr Professor Mürsheimer, ist allen bekannt und ich werde ihn auch noch ausführlicher vorstellen, bevor ich ihn befragen werde. André, das ist das Wort. Ja, erstmal schönen guten Abend. Kann man das hören? Ich muss mich entschuldigen, meine Stimme ist nicht so richtig da. Ich leide auch unter einer Bronchitis. Aber kurz nochmal mein Bezug zum Thema. Ich bin für die Linke zuständig im Bundestag für die EU-Ostpolitik, also für die Ostpolitik im Europaausschuss. Das ist ja etwas auch der Ausgangspunkt der aktuellen Krise. Stichwort Assoziierungsabkommen, was im November 2013 hätte ratifiziert werden sollen in Vilnius, wo damals Janukowitsch eigentlich mehr Zeit wollte. Er hat das ja nicht grundsätzlich abgelehnt, sondern wollte es ein halbes Jahr verschieben. Also das ist natürlich ein großes Thema. Und zweitens bin ich in der Parlamentarischen Versammlung des Europarates. Was sehr, sehr spannend ist, ich muss das immer erklären, es sind 47 Parlamente dort vertreten. Das heißt, die Russen sind dabei, die Ukrainer sind dabei, die baltischen Staaten, aber auch Island oder Schweiz oder Aserbaidschan, Georgien und so weiter. Also auch viele Länder und Abgeordnete, die nicht Mitglied der Europäischen Union sind. Und da haben natürlich auch die Debatten um die Ukraine und vor allen Dingen auch die Auseinandersetzung zwischen der russischen Delegation und auch den anderen Delegationen stattgefunden. Ich war in den letzten zweieinhalb Jahren neunmal in der Ukraine, sechsmal als Wahlbeobachter für den Europarat im Oktober 2012 bei den letzten gesamtukrainischen Parlamentswahlen. Das muss man ja leider so konstatieren, weil die letzten Wahlen, die im Jahre 2014 stattgefunden haben, ja nicht mehr unter Einschluss der Menschen auf der Krim stattgefunden haben und vieler Menschen auch im Donbass. Also etwa fünf Millionen haben da nicht mehr teilgenommen. Und ich war auch mit dem EU-Ausschuss da, also in vielen Funktionen. Und zuletzt vor zweieinhalb Wochen mit meinem Kollegen Wolfgang Gerke in Dornesk illegal eingereist, wie mir auch dann die ukrainische Regierung im Nachhinein mitgeteilt hat, von der russischen Seite aus, weil es die einzige Möglichkeit war, dort eine Hilfslieferung mit Medikamenten, wir haben sieben Tonnen Medikamente an die Krankenhäuser geliefert, die einzige Möglichkeit war, das in der aktuellen Situation von russischer Seite zu organisieren. Zur Frage, wer eskaliert in der Ukraine. Ich will normalerweise, ich habe 30 Vorträge schon gehalten, ich rede normalerweise eine Stunde, das will ich jetzt nicht tun, das wäre unfair, den anderen Gästen, anderen Podiumsteilnehmern gegenüber. Ich will ein paar Punkte herausgreifen, die ich und meine Beobachtungen dazu darstellen, die mich ausgesprochen erschüttert haben in dem Vorgang, wie er stattgefunden hat. Und ich fange mal an mit den Maidan-Protesten, die im Anschluss an das nicht ratifizierte EU-Ukraine-Assoziierungsabkommen gestartet sind. Und diese Proteste waren meines Erachtens, zum einen hatten sie eine soziale Dimension, aber zum anderen auch eine nationalistische Dimension, aber sie waren auch schon relativ bald stark geprägt, einerseits von sehr nationalistischen Kräften und auch von gewaltbereiten Kräften. Es gab viele Äußerungen, zum Beispiel will ich ein Beispiel erzählen vom Generalsekretär des Europarates, ein Fünfseitendokument, das sich richtet an die Regierung, damals Janukowitsch, nicht gewaltsam gegen die Demonstrationen vorzugehen. Ich habe das auch unterstützt, aber was auffällig war, dass in diesen fünf Seiten kein einziges Wort war, auch an die Demonstranten selbst nicht gewaltsam vorzugehen. Wir wissen, die waren auch zum Teil bewaffnet. Und diese Einseitigkeit des Herangehens zieht sich sozusagen durch die ganzen letzten zwei Jahre und nimmt auch sozusagen bis zu den heutigen Äußerungen zu den Minsker Abkommen, von Minsk II, wo gesagt wird, eine Verletzung von Minsk II, ohne das näher zu definieren, würde weitere Sanktionen gegen Russland zur Folge haben. Also ohne zu differenzieren, wer eigentlich möglicherweise die Waffenruhe gegenwärtig verletzt. Dass dieser Strang der einseitigen Herangehensweise ist sicherlich ein Moment, den Konflikt weiter zu eskalieren, bis hier eskalieren zu lassen, aber auch weiter zu eskalieren. Ich will einen zweiten Punkt ansprechen, das, was am 21. und 22. Februar 2014 in Kiew passiert ist. Also der, ich sage, verfassungswidrige Umsturz oder auch Staatsstreich oder auch Putsch, der ja geleugnet wird, obwohl die Verfassungswidrigkeit auch auf Nachfrage von mir vom wissenschaftlichen Dienst des Bundestages bestätigt wurde. Und sie ist eindeutig. Wir erinnern uns, am 20. Februar gab es die Todesschüsse auf dem Maidan. Es sind in der Summe etwa 100 Menschen ums Leben gekommen. Bis heute ist die Ursache dieser Todesschüsse unaufgeklärt. Es gibt keine befriedigende Untersuchung. Es gibt auch seitens des Europarates eine Initiative, diese Untersuchung voranzutreiben. Der Bericht hätte schon vor zwei Monaten, Ende Dezember, herauskommen sollen. Er ist jetzt verschoben worden auf Ende März. Aber bis heute keine befriedigende Untersuchung. Und in dieser Zeit, am 20. Februar 2014, war Steinmeier mit dem französischen und polnischen Außenminister in Kiew. Und sie haben ein Agreement ausgehandelt. Ich glaube, 30 Stunden waren die Verhandlungen. Es war auf jeden Fall sehr, sehr, sehr lange. Mit Janukowitsch und mit den drei damaligen Oppositionsführern von Svoboda, dem Canibuk, von Udar, dem Klitschko und Yasenjuk, von damals noch in der Batgifchina, der Vaterlandspartei. Und dieses Agreement hat Steinmeier am Freitagabend, dem 21. Februar, den Obleuten vom Europa- und Außenausschuss des Bundestages vorgestellt, per Telefonkonferenz, als er zurückkam nach Berlin. Und das war freitagsabends um sieben. Ich erinnere mich sehr genau dran. Und ich habe gesagt, dieses Agreement ist ein guter Weg aus der Krise. Es sah vor Neuwahlen im Laufe des Jahres 2014. Es sah eine Übergangsregierung vor. Es sah vor die Entwaffnung nicht regulärer bewaffneter Gruppen. Eine integrative Politik gegenüber Minderheiten und die Entlassung von Festgenommenen. Ich glaube, dieses Agreement hätte einen guten Ausweg darstellen können. Und das habe ich damals auch in der Telefonkonferenz gesagt. Während Steinmeier uns hier telefonisch unterrichtete, fand auf dem Maidan ein völlig anderer Prozess statt. Die Führer der Opposition, die ich eben genannt habe, haben versucht, auf dem Maidan dieses Agreement, das übrigens auch vom Maidan-Rat, also einer Struktur der Bewegung selbst mit übergroßer Mehrheit akzeptiert wurde. Es fand in der Situation einen Tag nach den Todesschüssen überhaupt nicht die Stimmung. Ich habe mir das nochmal angeschaut im Video. Klitschko ist ausgepfiffen worden. Gianni Book ist ausgepfiffen worden. Und stattdessen sind Vertreter von den Maidan-Hundertschaften und vom rechten Sektor auf die Bühne und haben gesagt, wir haben hier nichts unterschrieben. Janukowitsch muss bis zum nächsten Morgen 10 Uhr zurücktreten. Andernfalls stürmen wir gewaltsam die Regierungsgebäude. Und das fand überwältigende Mehrheit, es gab Jubel, das fand die Stimmung auf dem Maidan. Und in dieser Situation hat Janukowitsch das Land verlassen, weil er auch, glaube ich, nicht zu Unrecht um sein Leben fürchten musste. Und hat seine Sicherheitskräfte um die Regierungsgebäude abgezogen. Und es kam dann zur Übernahme der Regierungsgebäude, zur Parlamentssitzung am 22. Februar, bewacht, das Parlament von bewaffneten Kräften des Maidan. Und dort wurde dann der Präsident abgesetzt, ein Übergangspräsident gewählt, Turchinov. Das alles verfassungswidrig und das alles auch unter sozusagen gewaltförmiger Situation. Ich habe mir nochmal die Reihen angeschaut im Parlament, die Reihen der kommunistischen Partei waren fast leer, die Reihen der Partei der Region waren ziemlich leer. Also die sozusagen gegen diesen kursgerichteten Kräfte haben sich nicht getraut, so interpretiere ich das mal, unter diesen Bedingungen ins Parlament zu gehen. Das ist die Grundlage des Umsturzes und das zu legitimieren von allen westlichen Akteuren, inklusive des Generalsekretärs des Europarates, der ja zuständig ist primär für die Rechtsstaatlichkeit in den einzelnen Mitgliedstaaten. Ich habe ihn wenige Tage später in Malta getroffen und danach befragt und er hat gesagt, nein, es ist nicht verfassungswidrig oder man soll da nicht so genau hinschauen. Es ist eine Revolution, wie sie 1989 in Deutschland auch stattgefunden hat. Und das ist die Lesart auch der Bundesregierung bis heute. Ihr kennt das 18-Punkte-Papier des Außenministeriums, wo sozusagen dieser Umsturz bis heute legitimiert ist. Und das Abkommen, was einen Tag vorher von Steinmeier, der Opposition, dem Präsidenten und anderen Außenministern unterzeichnet wurde, dieses Abkommen war binnen 24 Stunden Makulatur. Ich glaube, das ist ein äußerst ungewöhnlicher Vorgang in der Geschichte der internationalen Politik. Und ich habe Steinmeier danach gefragt, gilt das denn noch? Und er sagt, nein, es gilt nicht mehr, weil Janukowitsch ist ja geflohen. Und ich glaube, dieser Umgang, das ist ein zentraler Moment der Eskalation gewesen. Ich könnte jetzt viele Schlüsselereignisse darstellen, dafür reicht die Zeit nicht. Ich will stichwortartig sagen, Mitte April waren wir mit dem Europaausschuss in Kiew und Donetsk, als die Gegenreaktion stattgefunden hat gegen den Staatsstreich in Kiew, also vor allen Dingen im Osten und Süden der Ukraine, der sogenannte Anti-Maidan, auch dort wurden Gebäude besetzt. Ich habe die damals besucht, Mitte April in Donetsk. Sie haben gesagt, ja, das haben die ja vorher auf der anderen Seite genauso gemacht. Und am Tag, als wir in Kiew waren, war auch der CIA-Chef Brennan in Kiew und hat sich mit dem Übergangspräsidenten Turchinov getroffen. Und am nächsten Tag hat Turchinov die sogenannte Antiterror-Operation ausgerufen. Der Begriff Terror und Terrorismus existierte in der Form in der Ukraine überhaupt nicht. Aber bis heute wird in der Ukraine die Auseinandersetzung, die stattfindet, mit dem sogenannten Separatisten, eben als Terrorismus definiert. Die Armee wurde eingesetzt, um die Antiterror-Operationen umzusetzen. Als wir damals in Donetsk waren, rückten die Panzer Richtung Donbass. Die erste Stadt war Kramatorsk. Und das war der Beginn der militärischen Auseinandersetzung, woran ich nochmal erinnern will. Das ist ein wichtiger Punkt. Die Definition des innerukrainischen Widerspruchs, der existierte und existiert als Terrorismus, ist ein weiteres Moment der Eskalation. André, ich habe eine ganz kurze Nachfrage dazu. Die Tatsache, dass ähnliche Vorgänge im Westen als Befreiung gefeiert worden sind oder bezeichnet worden sind und im Osten und Süden der Ukraine als Terrorismus bezeichnet worden ist, wurde dieses Label, dieses Etikett irgendwo infrage gestellt im Europarat oder im Bundestag? Gab es da irgendeinen Widerspruch dagegen? Ja, den habe ich zum Ausdruck gebracht in den Debatten. Aber es gibt keine offiziellen Resolutionen, die das sozusagen so formulieren. Gut, der Begriff Terrorismus wird nicht verwendet von der Bundesregierung. Die Bundesregierung spricht von Separatismus. Das ist schon ein Unterschied. Darf man nicht vernachlässigen. Auch in den Europaratsdokumenten, die ich insgesamt für falsch halte in ihren Darstellungen, verwendet aber auch nicht diesen Begriff des Terrorismus. Also ich will vielleicht noch einen Satz sagen, um die Ukraine zu verstehen. Die Ukraine ist sehr tief gespalten zwischen Ost und West. Sowohl historisch, was die historischen Narrative angeht. Es gibt im Westen sehr weit verbreitet den sogenannten Bandera-Kult, also die Bezugnahme auf Stepan Bandera, der im Zweiten Weltkrieg mit den Nazis kollaboriert hat. Sein Bild war auf dem Maidan direkt neben der Hauptbühne sehr groß aufgestellt und ist ein Bezugspunkt, der sehr verbreitet ist in der Westukraine. Und es gibt in der Ostukraine viel stärker verbreitet den Bezugspunkt der Befreiung vom Faschismus, des Kampfes der Roten Armee, des großen Vaterländischen Krieges. Und als ich am April 2014 mit den Bergarbeitern in Donetsk gesprochen habe und sie gefragt habe, warum sie protestieren gegen Kiew, dann haben sie gesagt, wegen dem Banderisten da. Also Faschisten oder Banderisten, das waren die zwei Hauptworte, mit denen sie die Regierung in Kiew oder diese Putschregierung, die Umsturzregierung bezeichnet haben. Es gibt ein sehr tiefes historisches Kluft zwischen Ost und West. Es gibt eine sehr tiefe ökonomische Kluft zwischen Ost und West. Die Ukraine ist im Unterschied zu Russland im Osten und Polen und Baltikum im Westen ökonomisch in den letzten zwei Jahrzehnten stagniert. Und es gibt eine große Armut. Und die Wirtschaft im Westen und im Osten sind in unterschiedliche Richtungen orientiert. Die Menschen im Westen sind stark an der EU orientiert, sehen ihre Hoffnung, sehen, was in Polen passiert, sehen, was im Baltikum passiert und orientieren sich sehr stark daran. Die Menschen im Osten und auch die Ökonomie im Osten ist sehr, sehr verbunden gewesen, muss man jetzt sagen, mit der Wirtschaft, mit der russischen Wirtschaft und wo dann auch wiederum die Löhne und die Renten und die Sozialleistungen höher sind als zum Beispiel im Donbass. Unter diesen Voraussetzungen, die Ukraine vor eine Alternative zu stellen, entweder EU-Westen oder zu Russland zu gehen, führt in der Konsequenz, je nachdem wie scharf man es macht, führt meines Erachtens auch zum Bürgerkrieg, den wir jetzt haben. Und diese Alternativstellung für die Ukraine ist sicherlich auch ein weiterer Moment der Eskalation. Und ich glaube, wir sollten diese Eskalation zurückdrängen, weil ich glaube, was bis jetzt passiert ist, 6.000 Tote im Osten, wird nicht das Ende gewesen sein, wenn die Zeichen weiter auf Eskalation stehen und wenn die Konfrontation mit Russland weiter verschärft wird. So viel vielleicht als einleitende Worte von mir. Vielen Dank. Herzlichen Dank an André Hunko, an diese wichtige Einschätzung und auch nochmal daran zu erinnern, welche Rolle der 22. Februar des letzten Jahres gespielt hat und welche wesentliche Weichenstellung hier passiert ist. Wir haben nun das große Glück, mit Professor Mürsheimer hier einen wirklich renommierten Politikwissenschaftler zu haben, der sich seit Jahrzehnten mit der Frage der internationalen Beziehungen beschäftigt, dessen Werke wesentlich dazu beigetragen haben, klarzumachen, welche Analysekraft der Realismus auch heute noch hat, welche Bedeutung Geostrategien auch heute noch haben. Hier in Deutschland hat neben all den Büchern, die Sie geschrieben haben, besonders Ihr Artikel im letzten Oktober in Foreign Affairs für Wirbel gesorgt, in dem Sie darauf hingewiesen haben, dass der Westen wesentlich zuständig ist für die Eskalation und die übliche Lesart, alleine Russland eskaliert, so nicht stimmt und so die Zuspitzung des Konfliktes nicht erklären kann. Ich freue mich, wie gesagt, dass wir Sie hier haben und ich werde jetzt meine Fragen in Englisch stellen, damit wir keine Missverständnisse auf dieser Ebene produzieren. Prof. Mürsheimer, Sie haben gesagt, dass eigentlich, Russland ist nicht zu verletzen, als die force, die die Eskalation starten. Es ist jetzt Teil der Eskalation, das ist für sicher. Aber wie kam Sie zu den Beziehungen, dass es nicht, at least nicht, nicht Russland ist, dass die Situation rund um die Ukraine und die Ukraine hat eskaliert, wie wir es jetzt sehen. First of all, I would like to thank, can everybody hear me in the rear? Louder? Very close. Is this better? It's like. Okay. First of all, I would like to thank Andre for inviting me to Berlin and I'd like to thank all of you for coming out tonight to hear us speak. Let me tell you first why I think the West is responsible for the crisis and then let me say a few words about why I think the evidence shows that Putin and more generally the Russians are not responsible for the crisis. My view is that what precipitated the crisis was the West attempt to make Ukraine part of the West, to peel it away from Russia's orbit and to integrate Ukraine into the West. This strategy that the West was pursuing had three elements. The first element was NATO expansion and you want to remember that in April 2008 NATO announced at the end of the Bucharest summit that Ukraine and Georgia would become part of NATO. Putin and numerous other Russians made it perfectly clear that this was unacceptable and they were not going to allow it to happen. The second strand in the strategy is EU expansion. In other words, the West was determined to make Ukraine and Georgia for that matter a part of NATO and a part of the EU. The third part of the strategy was democracy promotion. Now, it's very hard to be opposed to democracy promotion because in principle we all like democracy. But you have to understand that when the Americans engage in democracy promotion, what they're really interested in doing is toppling governments that are not friendly to the United States, even if they're democratic, and putting in place governments that are friendly. And Andre just talked about the February 22nd coup, and it was as a coup. The Americans supported that coup, and the Americans were interested in getting rid of Yanukovych, who was basically pro-Russian, and putting in his place a government that was pro-American. And of course, that's exactly what happened, and as Andre made clear, that was the spark that lit the fire. But what I'm saying to you is that you have to understand that there were three strands to the strategy, NATO expansion, EU expansion, and democracy promotion. And all of this was an attempt by the West to make Ukraine part of the West. No great power, and this includes the Russians, and this includes the United States, and this includes China in the future, is going to allow another great power to march its military alliance up to its border. As many of you know, we in the United States have what's called the Monroe Doctrine. And the Monroe Doctrine says that no European great power, no Asian great power, no distant great power, can move military forces into the Western Hemisphere. All of you have heard of the Cuban Missile Crisis. Some of us are old enough to remember the Cuban Missile Crisis. What happened there was the Soviet Union had the audacity to put missiles in Cuba. They had the audacity to put military forces in our neighborhood. The United States said that was unacceptable, and the Kennedy administration was willing to risk nuclear war to force Khrushchev to take those missiles out of Cuba. The United States does not tolerate military powers from afar coming into the Western Hemisphere. Well, the same basic logic applies to the Russians. The Russians will not tolerate a situation where Ukraine becomes part of the West. and Putin told us that on numerous occasions. And, indeed, the August 2008 war between Russia and Georgia was over that very issue. It was in April 2008 at Bucharest that NATO said Georgia and Ukraine would become part of the West. It's no accident, ladies and gentlemen, that a few months later, in August 2008, you had a war over Georgia because the president of Georgia thought that he could become part of the West and the Russians would just stand idly by. He was wrong. So, what is driving this crisis, and nothing's changed because the West is still pursuing this policy and Ukraine is foolishly going along with the West, what's driving this crisis is the West's efforts to peel Ukraine away from Russia's orbit. Now, let me say a few words about Putin because this is very important. Putin is now portrayed in the West, here in Germany, and much more so in the United States as a highly aggressive individual who is determined to conquer neighboring countries and create a greater Russia that looks something like the former Soviet Union. Some people even argue that he is, in effect, the second coming of Adolf Hitler and that this is the 1930s. This argument is wrong. And the key point that you want to keep in mind is that before the coup that Andre talked about, the coup on February 22nd, 2014, nobody in the West was saying that Putin was aggressive. Nobody was saying that we need NATO expansion to prevent Putin from going on the offensive and conquering territory. It was only after February 22nd when the West policy blew up in its face that the West then blamed Putin and he all of a sudden became another Adolf Hitler. Nobody was arguing that before. February 22nd, 2014. I will close by saying that George Kennan, the famous American strategic expert and the father of containment policy during the Cold War said in 1999 when NATO expansion started. You all remember that the first NATO expansion after the Cold War was in 1999. The second was in 2004. In 1999 George Kennan said this is a ridiculously foolish policy. There is no reason to expand NATO eastward. And Kennan then said what's going to happen here is that this is going to lead to a major crisis with the Russians and then we're going to blame the Russians. Ladies and gentlemen, this is exactly what happened. Yeah, thank you. Let me put some more questions to you. NATO at the moment and the US and also our own government or the British government are talking about helping the Ukraine. And this help for Ukraine at the moment looks like I give you some examples that NATO is building up forward operating bases in the Baltics. It's sending military advisers to Ukraine which are multiplying. They're getting more every day. At least it looks like this. And they are promising to send weapons to Ukraine if there is no progress with Minsk too. Actually they're already sending some but let's put this in brackets. Do you think this is actually help for Ukraine? I think what the West is doing is what we call in the United States doubling down. In other words they're just ramping up the existing policy. This is in my opinion strategically foolish. it's only going to make the war in Ukraine more intense. More Ukrainians are going to die and it's going to further poison relations between Russia and the West and especially between Russia and the United States. So it makes no sense in my opinion to do that. Let me say a few more words about why I think that. First of all, if the West arms the Ukrainians and trains the Ukrainians and does the things that Claudia was talking about, the Russians are not going to sit still and allow the West to do that. The Russians are going to counter escalate. They will send troops of their own, weapons of their own into eastern Ukraine and they will make sure that the Ukrainians do not defeat the separatists. It's very important to understand that the West is not going to fight in Ukraine because Ukraine is not a vital strategic interest for the United States or for the West more generally. You are not hearing any of the war hawks in America and there are many of them. They are not saying we should fight in Ukraine. The Russians on the other hand will fight in Ukraine because again Ukraine is a vital strategic interest to Russia. So the Russians have a profound interest in making sure Ukraine does not win. Second point, the Ukrainian army is a terrible army. The Russian army is much bigger and much better. The idea that the West can turn the Ukrainian army into a formidable fighting force that can defeat the Russian army and the separatists is a dream. It's not going to happen. So the end result is the crisis will escalate and more Ukrainians will die and again relations between East and West will get worse not better. But let's assume that I'm wrong. Let's assume that I'm wrong and that the West is successful at driving the costs up for the Russians and let's assume that Putin is desperate. What do you think is going to happen then? All I will say is that you want to remember that Russia has thousands of nuclear warheads and Russia views what the West is doing as a threat to its vital interests. I believe that backing someone like Putin into a corner and putting him in a situation where he's desperate and where he has nuclear weapons is playing with fire. It is a remarkably foolish policy especially when you realize that Ukraine is not a vital strategic interest for the United States for Germany for France or for Britain. I have two more questions which are actually linked at least in the discussion here in Germany and I think also in other NATO countries. The first part of the question is did the US actually anticipate what would happen around Crimea that it would become part of Russia as a result of the escalation and the second part is that the narrative here is that if we as the West are not showing strength towards Russia they will continue also to incorporate the east of Ukraine or maybe all of Ukraine or also part of Moldova into Russia do you think this narrative has any value or not with regard to the first question as to whether the West anticipated what the Russians did after February 22 2014 the answer is simply no again we did not believe before February 22nd that Putin was aggressive in any way we thought that we could expand NATO we could expand the EU and we could promote democracy in Kiev which again means putting a pro American leader in place and Putin would stand idly by and do nothing that was our view you want to remember that the Russians did nothing with the first NATO expansion in 1999 and they did nothing with the second NATO expansion in 2004 so by 2014 we believed for what we thought was good reason that we could bring Ukraine and Georgia into the west and we had no idea we had no idea that this was going to blow up in our face so we didn't anticipate it now with regard to your second question Claudia which is whether or not Putin has imperial ambitions is Putin really interested in creating a greater Russia first point is there's no evidence he had any interest in that before February 22nd the second point is he does not have the capability to do that the worst thing that Putin could do is to try to conquer Ukraine as I wrote in the foreign affairs article it would be like swallowing a porcupine as all of you know we live in the age of nationalism and anytime you invade a country you invariably end up occupying it and when you end up occupying that country what invariably happens is you get tremendous resistance from the local population you all remember what happened when you invaded you and the Soviet Union invaded Afghanistan in 1979 it ended up as a disaster you remember what happened when the Americans invaded Afghanistan that disaster is about to be finished remember what happened when the Americans invaded Iraq remember what happened when the Americans went into Vietnam the idea that Putin can reoccupy the Baltic states reoccupy Ukraine and other territories around the Soviet Union and he could easily digest them is not going to happen and that's why he has shown no interest in trying to conquer Ukraine what Putin is doing in Ukraine is very simple he is trying to destroy Ukraine and he is sending a message to the Ukrainians and to the West and he is saying this you have two choices here one you back off and you give up on making Ukraine part of the West or you continue to pursue that policy in which case I will not let it happen because I will destroy Ukraine as a functioning society so what you're watching happen before your very eyes is you're watching the destruction of Ukraine and this gets back to your question about arming Ukraine if we arm Ukraine it's going to make the situation works and it's going to speed up and intensify the destruction so what the West is doing here is the West is leading Ukraine down the primrose path we are encouraging the Ukrainians to pursue a policy that's guaranteed to end up with the destruction of their country you want to remember what happened in August 2008 with the Georgians we encouraged the Georgians to think that they could become part of the West and the Georgian president acted accordingly and he thought that he could taunt the Russians well he was wrong and you know what happened in the crunch when the trouble came the West did nothing to help him because Georgia is not a vital strategic interest for the United States and the West as I said to you is not going to fight for Ukraine we may arm Ukraine but that will be disastrous for the Ukrainian people thank you very much I will now continue this round to our next speaker we have as abschluss as gründem abschluss in dieser runde die ehre Helmut Markhoff here to have the not only 10 jahre lang ab geordneter im europaparlament war der lange jahre landtags ab geordneter im land brandenburg war in der zwischenzeit dort stellvertretender minister president und minister für justiz und europa angelegenheiten ist wir haben gerade gehört dass die eskalation teil der eskalationslogik darin bestand kein realistisches bild von den interessen russlands zu haben nach nach meiner erfahrung mit eskalations szenarien gehört häufig auch dazu kein realistisches bild von den eigenen aktivitäten von den eigenen interessen zu haben die europäische union zum beispiel sieht sich gerne selbst nur als friedensmacht ich weiß nicht ob sie das jemals war aber helmut mich würde interessieren bist du der meinung dass die europäische union im kontext des konfliktes und krieges um die ukraine sich als friedensnobelpreisträgerin bewährt hat oder nicht ich weiß es ist eine rhetorische frage aber du hast dabei die gelegenheit auch stellung zu nehmen zu dem was bisher gesagt worden ist also diese frage beantwortet ich ganz klar mit nein aber auf die frage wer eskaliert ja ich habe das jetzt schon ganz nah dran ich versuche es aber auf die frage wer eskaliert würde ich fast mit einer gegen frage antworten was meinen wir denn zu welchem zeitpunkt mit welchen geschwindigkeiten als die sowjetunion zerviel hatten ein Großteil der ehemaligen Unionsrepubliken enorme Schwierigkeiten weil natürlich eine sehr enge ökonomische Verbindung zwischen diesen Republiken bestand die auf einmal weg war weil sie selbstständig wurden und wenn ich jetzt die Ukraine nehme ich glaube egal ob das Kraftschuk war ob das Kutschma ich zähle die alle auf ob das Kutschma war ob das Yushchenko war oder ob das Yanukovic war Timoschenko war Ministerpräsidentin und nicht Präsidentin also keinem keinem ist es gelungen einen Staat zu schaffen einen Staat Ukraine von dem man sagen konnte die Bürger haben das Gefühl es geht aufwärts und wenn wir uns erinnern das ist ein bisschen analog gewesen zu Kroatien mit Tutschman als Yushchenko gewählt werden wollte hat er extrem stark auf die nationale Karte gesetzt und Andre in dem Sinne würde ich dir ein Stück widersprechen ich glaube nicht dass die Ukraine a priori historisch gespalten ist sie entwickelte sich unterschiedlich aber sie hat in beiden Teilen hervorragende Universitäten in beiden Teilen wohnen Russen und Ukrainer in beiden Teilen wohnen Juden in beiden Teilen wohnen polnische Nationalitäten das Hauptproblem war meiner an sich nach in dem Moment wo Yushchenko auf die nationale Karte gesetzt hat und damals ging ja das erste Mal schon die Debatte um das Sprachengesetz los hat er einen Keil zwischen die unterschiedlichen Nationalitäten getrieben die aber sich alle als Ukrainer gefühlt haben zumindest aus meiner Kenntnis und ich habe ja viele Jahre gelebt in dem Land und dann wurde Janukowitsch gewählt und da konnte man spüren dass wieder ein Stückchen mehr innerer Frieden das ist meine subjektive Empfindung die muss nicht wahr sein es eine subjektive Empfindung dass wieder etwas mehr innerer Frieden in diese Ukraine einkehrte nach den zweiten Wahlen die auch von der USZE als rechtsstaatliche ordnungsgemäß durchgeführte Wahlen deklariert worden sind und trotzdem hat es und das kam größtenteils weil die Industrie im Osten war eine Oligarchisierung stattgefunden wie in vielen anderen ehemaligen Unionsrepubliken auch und trotzdem und deswegen sage ich der Maidan zum Anfang war vorrangig eine soziale Bewegung weil die Ukrainer die Bevölkerung der Ukraine egal ob in Ost oder West das Gefühl hatten dass ihr Sozialstandard verloren geht dass man nicht mehr in eine Klinik gehen kann ohne mit Valuta zu bezahlen dass die Gefahr besteht dass Bildung vom Geld abhängt dass die Bezahl Raten für öffentliche Daseinsvorsorge drastisch angestiegen sind dass die Renten nicht mehr gestiegen sind obwohl die Lebenshaltungskosten gestiegen sind das hat die Leute umgetrieben und so gesehen war das eine zum Anfang innerukrainische Unzufriedenheit in breiten Teilen der Bevölkerung sowohl im Osten als auch im Westen der Ukraine und jetzt mache ich mal eine Rückkehr weil das schon eine Rolle spielt wenn man sich erinnert wie Yeltsin in Russland an die Macht gekommen ist das will ich jetzt gar nicht ausführen aber ein Parlament zu beschießen ist auch nicht ein Ausdruck von demokratischem Grundverständnis und Russland ist unter Yeltsin ein Land geworden was seine geopolitische Bedeutung komplett verloren hatte und ich glaube das war sowohl der Europäischen Union als auch den Vereinigten Staaten sehr lieb ein Global Player war von der Karte verschwunden und wenn wir uns erinnern was ökonomisch da abgelaufen ist hoch verschuldet nichts hat mehr funktioniert und dann kam Herr Putin Ob Zufall nicht Zufall wie auch immer er hat den Russen dadurch dass es ökonomisch wieder nach oben ging ihr Selbstwertgefühl auch wieder gestärkt und er hat aus einer zerstörten Macht wenigstens wieder eine Regionalmacht gemacht und das glaube ich sehr wohl hat sowohl die USA als auch die Europäische Union als mögliche Bedrohung empfunden und ich sage auch wieder zurückkehren zur Ukraine da unterscheiden wir uns in Nuancen es gab von 1990 an Umfragen in der gesamten Ukraine und die wollten alle fast immer über 70 Prozent der Bevölkerung wollten in die Europäische Union und über 70 Prozent der ukrainischen Bürger wollten nicht in die NATO zu keiner Zeit das war sehr gespalten aber ganz klar es war also nicht so dass nur der Westen der Ukraine in die Europäische Union wollte in der Osten nicht mit Nächten der Hauptgrund dafür war wenn man den Befragungen glaubt und das mache ich jetzt einfach mal dass sie sich davon erhofft haben wenn sie Mitglied der Europäischen Union werden kriegen sie Unterstützung wird dieses korrupte Land und wer in den Anfang der 90er Jahre in die Ukraine gefahren ist und von den Organen die eigentlich für Ordnung sorgen müssten Zoll und Polizei permanent aufgefordert ist sozusagen irgendwo sich anzudienen der kann das Verständnis der Ukrainer nachvollziehen und wenn man sich erinnert in diese Zeit wie schwierig es war für die Ukrainer die sich selbstständig machen wollten weil sie aus den öffentlichen Einrichtungen eben weil sie nicht mehr benötigt wurden rausgeflogen sind mit welchen Schwierigkeiten das verbunden war wie kompliziert das war weil ein Großteil der Wohnungen auf einmal privatisiert wurden wie schwierig das war weil die Staatseinnahmen wegen eines nicht funktionierenden Steuersystems einfach nicht vorhanden waren und das haben die sich von der Europäischen Union erhofft dass damit auch sozusagen das ein Stück besser wird und jetzt wo ich dir komplett recht gebe der Druck der Europäischen Union das Assoziierungsabkommen zu unterzeichnen das war ein riesengroßer Fehler und wenn man dann noch weiß der Janukowitsch war ja bereit das zu unterzeichnen auch wieder weil er sich dann erhofft hat er kriegt die entsprechenden Kredite das war daran gekoppelt dass dann die Europäische Union unmittelbar vor Tallinn die Forderung aufgemacht hat dass da noch reinzuschreiben ist dass Frau Timoschenko freizulassen ist das kann kein Präsident eines Landes der sagt wir haben eine Gewaltenteilung ich bin doch keine Bananenrepublik das kann ich nicht entscheiden dazu haben ordentliche Gerichte die Entscheidung zu fällen das war auch ein Bestandteil dessen warum er so gehandelt hat nicht der ausschließliche und das ja dann natürlich weil der Assoziierungsvertrag nicht zustande gekommen ist wissend er braucht Geld sich sofort mit Russland in Verbindung gesetzt hat halte ich erstmal auch für das normalste der Welt und dass Russland das auch angenommen hat aus welchen Gründen auch immer auch aus ihren Interessenslagen heraus halte ich auch für das normalste der Welt ich glaube die Europäische Union jetzt meine ich wirklich die Europäische Union hat von Anfang an der 90er Jahre einen großen Fehler gemacht sie hat nicht darauf geachtet überhaupt nicht darüber nachgedacht was 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 heißt wie wir Europa konstituieren unter den damaligen Bedingungen welche Partnerschaftsbeziehungen wir brauchen und wenn ich über Partnerschaftsbeziehungen rede meine ich nicht bloß eine Partnerschaft über Assoziierungsabkommen zwischen der Europäischen Union und der Ukraine dann meine ich auch das Grundverständnis welche Beziehung habe ich zu dem Partner von dem Partner und ich kann doch nicht mit einem Land versuchen über Partnerschaftsabkommen eine Zusammenarbeit herzustellen indem ich den Partner dieses Landes dem nächstfolgenden damit abspreche dass er jegliches Recht hat auch eigene Interessen mal zu äußern und ich glaube in der Politik gehört es dazu und das muss man auch einfach sagen egal von welcher Seite jedes Land oder jede größere Körperschaft hat Interessen und wenn ich die nicht berücksichtige wenn ich zumindest in meinen eigenen Gedanken darüber gar nicht nachdenke dann habe ich null Chancen überhaupt ein vernünftiges politisches System aufzubauen was auf Dialog fußt was auf Verständigung fußt und wenn ich mir die europäische Außen- und Sicherheitspolitik anschaue dann muss doch spätestens jetzt jedem klingeln nach dieser oder in dieser Situation in der Ukraine dass Russland ein strategischer Partner für die Europäische Union ist und sein muss und auch bleiben wird und wer das leichtfertig aufs Spiel setzt ist ein politischer Hasardeur und dass die Europäische Union und dass die Europäische Union in diesem Prozess viele Fehler gemacht hat sodass man fast sagen konnte sie hat nicht richtig zur Lösung des Problems beigetragen sondern sie war zum Schluss ein Teil des Problems und damit auch ein Teil der Eskalation ja aber ich sage auch klar zu einem späteren Zeitpunkt die ukrainische Regierung jetzt egal ob Übergangsregierung ob dann gewählte war ein Teil der Eskalation und ab einem gewissen Zeitpunkt auch die russische Föderation was ich nicht machen werde ist sozusagen mich in dieses was ja hier überall gang und gäbe ist in der europäischen Union dieses Putin Bashing also man kann dazu stehen wie man will ich habe mir ja mal die Verfassung angeguckt ich hatte das Gefühl die russische Verfassung ist fast eins zu eins von der Präsidialverfassung Frankreichs abgeschrieben also sozusagen wenn ich per Verfassung dem Präsidenten derartige Rechte einräume dann brauche ich mich doch nicht zu wundern dass der Präsident von diesen eingeräumten Machtbefugnissen auch Besitzer greift wenn ich jetzt wenn ich lange rede zwei Minuten okay und natürlich komme ich wieder zurück hat zu einer gewissen Zeit die Ukraine diesen Konflikt auch extrem eskaliert aber weit vorher nochmal zur Erinnerung als Yushchenko Präsident war was war eine seiner ersten Handlungen er hat versucht in der Europäischen Union und weltweit durchzudrücken dass der Golodemor also die Hungersnot als Verbrechen der Russen an der ukrainischen Bevölkerung deklariert wird ja ja das war eine Aushungerung aber es sind nicht nur die Ukrainer ausgehungert worden es sind die russistämmischen Bevölkerung ausgehungert worden es sind die ukrainisch stämmischen Bevölkerung ausgehungert worden es sind die Juden ausgehungert worden es sind alle Bevölkerungsteile die auf dem Gebiet der Ukraine gewohnt haben sind davon betroffen gewesen aber er hat das ausschließlich sozusagen auf die Ukrainer sind diesem zum Opfer gefallen und die internationale Staatengemeinschaft hat nicht vehement widersprochen also glaube ich liegen die Ursachen für die Eskalation in der Ukraine früher die liegen vorher und dann hat zu gewissen Zeitpunkten jeder sein Schärfland dazu beigetragen und ich glaube das auch noch zum Abschluss zu sagen ich bin gar nicht so pessimistisch mit Minsk 2 ich bin nicht so pessimistisch weil wenn man sich anguckt bei wie vielen kriegerischen Auseinandersetzungen zum Schluss doch Vernunft gesiegt hat selbst wenn das wahnsinnig schwer ist und wenn das lange dauert dass sich das durchsetzt und ich bin auch der Hoffnung dass die jetzige ukrainische Regierung egal wie man zu der steht oder egal wie man zu dem Präsidenten oder zu dem Ministerpräsidenten steht spielt überhaupt keine Rolle dass das auch der Anstoß sein wird und dass die Europäische Union auch dahin treibt Leute denkt drüber nach ihr müsst mehr Autonomie in den unterschiedlichen Regionen einräumen ihr müsst mehr Möglichkeiten den Regionen geben eigenständische Entscheidungen zu fällen ich will jetzt nicht sagen sie sollen ein föderales System wie in der Bundesrepublik Deutschland einführen in keiner Art und Weise aber wenn nach wie vor zentralstaatlich so agiert wird wie agiert worden ist dann wird das Problem selbst wenn die Militärs schweigen selbst wenn die Waffen schweigen werden trotzdem wird das Problem in der Ukraine dann nicht gelöst werden ich werde jetzt erst darauf hinweisen wir sind ziemlich genau bei der Halbzeit der Veranstaltung wir werden versuchen annähernd pünktlich um 21 Uhr zu enden ich habe noch eine weitere Fragerunde für das Podium vorbereitet würde aber jetzt die Möglichkeit geben ich denke wir werden nicht alle zu Wort kommen lassen können aber zumindest einige Fragen aus dem Publikum auch hier nach vorne zu spielen damit sie nicht nur konsumieren müssen sondern auch sich selber beteiligen können mit ihren Fragen und ich möchte bitten sie sich jeweils dabei kurz zu fassen und vielleicht auch zu sagen an wen die Frage geht ich glaube wir müssen ein Mikrofon herumreichen damit das übersetzt werden kann wenn was gefragt wird oder sie kommen nach vorn oder gibt es gibt es ein Mikrofon für die da ja versuchen sie genau ne da ist das ok mein eigenes gebe ich erfahrungsgemäß nie aus der Hand man weiß nie was ist dann können wir das hier nehmen so vielleicht diejenigen die sich gemeldet haben noch kurz die Hand oben lassen damit ich mir das notieren kann Brigitte Queck vielleicht ist es wirklich am einfachsten wenn diejenigen die Fragen wollen hier nach vorne kommen sich anstellen und dann schauen wir wie viel wir abarbeiten können einfach direkt rein so geht immer noch nicht ja gut direkt mein Name ist Brigitte Queck ich hätte gern ich würde gern zuerst zu André Hunko etwas sagen wollen meinen Sie nicht dass die Bezeichnung Bürgerkrieg in der Ukraine etwas zu kurz gefasst ist wenn man weiß dass viele Monate vor dem Maitan schon NATO-Söldner in der Ukraine waren und dass bereits 1994 im Haushaltsausschuss der USA eine finanzielle Unterstützung der ukrainischen Opposition vorgesehen ist zweitens ebenfalls an André Hunko er sagte dass es also die Maidan Demos mit 1989 zu vergleichen sind in der DDR meinen Sie ja meinen Sie ja also ich würde sagen Honecker und auch Kohl vor allen Dingen der letztere der dann einige Leute bewogen hat das Kohl Buch aus den Regalen zu nehmen weiß dass wie Kohl sagte es Kindergartengeschwätz ist dass das Volk die Revolution oder den Umschwung gemacht hat dann zu Professor Mersheimer hat mir sehr gut gefallen aber ich habe eine kleine Bemerkung Herr Professor es ist eine sehr kleine weil es ist eine lange Schlange hier ganz kleinen Moment in der wissen Sie Herr Mersheimer dass in Afghanistan 1970 eine Demokratie war und die Amerikaner via pakistanischer Grenze eingegriffen haben weit vor den Russen und der Freundschaft und militärische Beistandsvertrag zwischen Sowjetunion und Afghanistan bestand und erst nach 26 maligen Ersuchen dann die Sowjets auf Seiten der bestehenden Regierung eingegriffen hat und ein drittes zu Nein jetzt ist es glaube ich sinnvoll Nein Stopp ich muss hier einfach stoppen das Mikrofon weiter sonst ist es sehr unfair den anderen können Sie bitte das Mikrofon ein zweiter bitte ja Kolodomor wollte ich nur sagen seit Jahrhunderten hat in Russland war eine Hungersnot und zwar regelmäßig und das jetzt irgendwelchen Leuten oder der Sowjetunion zuzuschieben ist unfair danke das war also bezüglich fair und unfair ich glaube wir können wir haben noch Raum nach oben fair die Fragen zu stellen und uns kurz zu fassen Dankeschön für die Geduld Sabine Grund Professor Mirsheimer when you described the escalation strategy from certain US circles it reminded me of Brzezinski using Afghanistan can you imagine that these people actually mean to substitute Ukraine for Afghanistan and second do they not see that we are in a different time and third who would be the circles in the US that would cooperate with a more reasonable European strategy or Ukraine strategy who would be different circles in the US we always hear about the escalation circles thank you this is also question for Mr. Mirheimer does that work oh here does it okay so my question is on global prompt strike I'm very concerned that there's this big pink elephant here which is a direct nuclear confrontation between Russia and the United States what's happening with geostrategic manipulation in Ukraine seems to be all gearing toward that direction including what happened with assassination of Mr. Nemtsov with all these media attack against Putin as Mr. LaRouche said recently it's a frame up it seems like a frame up for war now also Pentagon have this plan called global prompt strikes for those people who doesn't know it's a plan for nuclear attack on Russia and their Pentagon is planning to have long range strike bomber which can go undetected to the territory of enemy and strike with nuclear attack plus recent announcement of 1 trillion upgrade of US nuclear arsenal in Europe including here in Germany we have 60 tactical nuclear arsenal so all that gears toward this very quite frankly insane scenario of these two nations nuclear war so what's your assessment on this how and also more importantly as the lady before addressed how can we stop this thank you next one my question my question is to you and the gentleman who spoke about it was said that the radical forces are very active and I wanted to a very famous woman who is a very central figure the Victoria Newland who could as Nazi or the Krawall Diplom Martin die auch kürzlich auf einer großen Tour war Aserbaidschan Armenien Georgien um eigentlich ein anti-russisches Sentiment zu verbreiten aber letztes Jahr wurde in Russland bei der großen Sicherheitskonferenz in Moskau beschrieben dass diese farbigen Revolutionen Rosen Revolution Orangene und jetzt auch die Maidan Revolution als eine Kriegserklärung betrachtet wird und jetzt im Hinbetracht mit der Ermordung von Boris Nemtsov glauben sie nicht dass man versucht den Maidan nach Moskau zu bringen kombiniert mit den Sanktionen ein Sentiment in der Bevölkerung zu erzeugen dass die Menschen doch Herrn Putin durch den Regimewandel gesteuert von Stiftungen und NGOs finanziert stürzen wollen und in Anbetracht dazu dass die Ukraine ja doch Bankrott ist würde ich gerne dass sie auch ein bisschen auf die BRICS Dynamik eingehen also dementsprechend ist ja nicht mehr Russland als eine globale Macht alleine dastehen sondern die Machtdynamik hat sich ja durch diese BRICS Allianz doch verändert so jetzt nur kurz erstmal ein technischer Hinweis ich würde nach Christiane Reimann einen kurzen Break machen und hier erstmal wieder nach vorne spielen die jenigen die dahinter stehen mögen sich einfach die Reihenfolge in der sie dastehen untereinander merken ich werde versuchen eine zweite Runde zu machen aber ich kann es einfach noch nicht versprechen ich möchte nur dass wir seriöse Fragen stellen insofern dass wir sie auch seriös beantworten können deswegen würde ich nach Christiane dann einen Break machen erstmal ok mein Name ist Matthäus ich spare mir Anmerkungen und die richtet sich an Professor Möhrsheimer und zwar sprechen Sie davon dass die Geopolitik wieder quasi eine Revolution hat und in der internationalen Politik kommt auf der anderen Seite aber sagen Sie dass die Ukraine weder für Europa oder für die EU noch für die USA eine strategische Bedeutung hat da meine Frage inwiefern ist das überhaupt miteinander vereinbar dass einerseits die Geopolitik zurückkommt wo weder die USA noch die EU Interesse an die Ukraine haben sollen Danke Das ist die letzte Frage in dieser Runde und damit man mich nicht falsch verstanden hat es geht nur darauf um seriöse Fragestellung also im Sinne wenn wir hier Fragen stellen und wir haben keine Zeit zu beantworten dann ist das Vorgehen unseriös deswegen machen wir diesen break nach Christiane also mein Name ist mehrmals erwähnt worden ich bin Christiane Reimann and my question is to Professor Mörsheimer I was really wondering that you said that the United States doesn't have a strategic interest neither in the Ukraine nor in Georgia because I was still thinking that it is a strategic interest of the United States to encircle to encircle Russia and the second aspect of my question is you always were talking about the West you know we wanted to integrate the Ukraine into the West but I see some differences in the interest of the European Union and the United States in the question at least of Ukraine do you see that do you see their differences too or don't you see them thank you thank you so I apologize if I don't answer all the questions in detail with regard to this woman's question about Afghanistan or her point about Afghanistan I wasn't saying that the United States had no responsibility for what happened in Afghanistan I wasn't talking about responsibility I was just talking about what the consequences were for the Soviet Union when they invaded Afghanistan and my point is that anytime a great power invades a country like Afghanistan or Ukraine or Vietnam or Iraq you get into a lot of trouble the second question was asking me if there are any parallels between Afghanistan and Ukraine and I don't think that the parallels are very strong the funny thing is I think that in Afghanistan the United States was trying to undermine the Soviet Union I do think we had our gun sights the United States had its gun sights on the Soviet Union in Afghanistan from the start and the woman who asked the question brought up Spigniew Brzezinski's name and I think he fits perfectly with that story but I actually don't think and this gets to one of the later questions about us encircling Russia I actually don't think that we thought that Putin was a threat that was the point I made to you before you should go back and see if you can find evidence of the Americans or the West Europeans to include the Germans talking about Putin as a threat and therefore needing to encircle Russia the country that we are in the process of encircling it's called containment is China that's the country we care about because we see China on the rise and we see Russia on the decline so in a very important way the problem is if I start answering all these questions I mean I have an answer to that but I'll get to that later you can answer but Talleyrand the French diplomat had a saying he said about a particular French policy it's worse than a crime it's a blunder and that is what I think would describe Washington's policy it was a blunder of giant proportions these people who were running American foreign policy and who were running the EU and who were running the NATO running NATO did not see this coming right now somebody said that isn't this an example of the old politics coming back and I think the answer is yes and I think what happened here and this answers the gentleman's question about why NATO expansion is that the West and the Russians were playing according to two different playbooks the Russians were operating as if geopolitics or realpolitik still mattered Putin is a realist par excellence he was saying that we have a sphere of influence in Eastern Europe and you have to respect that the West to answer your question was not thinking in geopolitical terms we were thinking in what I would call liberal or idealistic terms it's the way people in the EU it's the way people in Western Europe talk they were talking about spreading democracy they were talking about the Ukrainian right to choose its own foreign policy they were talking about spreading capitalism spreading institutions yes but they did not see NATO as a means of containing Russia that's my point to you and you if you show me the evidence they did I'll buy it now somebody raised the question about is the United States interested in bringing Maiden to Moscow in other words are we interested in toppling Putin from power I think I think that if we can do it we'll do it we'd like to get rid of him and Carl Gershman who is the head of the endowment for democracy in the United States which is basically the government's right arm for promoting democracy wrote an op-ed in the Washington Post in September 2013 basically warning Putin that he might be next so there's no question given our fascination with regime change that we would like to raise the cost for Putin make the Russian people very angry with Putin and hopefully topple him from power but as I said to you before you want to remember that if you do that you're playing with fire two more on the Crimea right if Crimea goes back to Ukraine the question was is that going to change how we think about Ukraine the answer is no first of all Ukraine's not going back I mean Crimea's not going back to Ukraine and secondly even if it did go back to Ukraine Ukraine is not a vital strategic interest to the United States or to Western Europe it is very important that you understand that because that that distinction between Russia's position on Ukraine and our position our position in the West on Ukraine is fundamentally different this is an existential threat to them and when you're dealing with existential threats you do not want to underestimate the cost that a state will be willing to absorb to prevail in a crisis and again if Putin gets desperate remember he has nuclear weapons but for us it's not with or without Crimea a vital strategic interest final point somebody noted that the US and the Europeans sometimes have different interests or different views on Ukraine I think this is absolutely correct and I would note to you that in the April 2008 Bucharest Summit at the April 2008 Bucharest Summit which I talked about before Angela Merkel much to her credit played a key role in preventing NATO from moving forward at that point to absorb Ukraine into NATO it was the Americans and indeed it was Victoria Nuland who was then the US ambassador to NATO who was pushing hard for moving Ukraine into NATO and the Germans much to their credit stopped that movement in its tracks but where the Germans failed is that a communique was issued after the meeting that said Georgia and Ukraine would become part of NATO and that's what led to all the trouble but the Germans differed from the Americans my only regret is that Angela Merkel has not distanced herself from President Obama and adopted a much more independent policy towards Russia and tried to solve this one by abandoning NATO expansion and EU expansion Thank you André Hunko Ja ich werde vier Punkte kurz ansprechen die gefragt worden sind das erste ist glaube ich ein Missverständnis ich habe nicht gesagt dass der Maidan eine Revolution war sondern es war ein verfassungswidriger Umsturz ich habe das kritisiert im Europarat und mir ist als Gegenargument vom Generalsekretär entgegengeschalt ja das mit der Verfassung müssen wir nicht so genau nehmen das war eine Revolution wie 89 ich habe diesen Vergleich nie gezogen ich wollte sozusagen nur darstellen wie argumentiert wird wie was ich finde völlig schräg argumentiert wird zur Frage des Bürgerkrieges es ist meistens auch wir haben auch immer in jeder Sitzungswoche in Straßburg immer die Debatte wie beschreiben wir das da gibt es eben die einen die sagen russische Aggression und es gibt die die sagen es ist ein Bürgerkrieg also es gibt eine innerukrainische Komponente wenn man von Bürgerkrieg spricht heißt das ja nicht dass es keinen Einfluss von außen gibt natürlich ist dieser Bürgerkrieg von außen angestachelt und langfristig auch in erster Linie vom Westen zur Frage des Holodomors der Europarat hat die Debatte 2010 oder 2011 sehr sehr intensiv geführt damals kam ein Präsident der hieß Janukowitsch hat die Hauptrede dort gehalten und der Europarat lehnt es ab die Hungerskatastrophe der 30er Jahre in dem Klammer auf auch ein Teil meiner Familie ums Leben gekommen ist als Völkermord zu bezeichnen das wird abgelehnt von dem Europarat und ich habe mich auch dieser Haltung angeschlossen und es war da sehr sichtbar wie ukrainische Nationalisten aber auch andere antirussische Nationalisten sag ich mal wie aggressiv sie versucht haben diese Kategorie einzufordern und ich muss sagen ich habe sehr viel Kritik an Janukowitsch aber wie er versucht hat diese Frage sozusagen auszubalancieren da teile ich auch das was Helmut Markow gesagt hat das hat mir da gewissen Respekt abgerungen den ich da auch zum Ausdruck gebracht letzter Punkt Victoria Newland und der Maidan auf Moskau ich habe das nochmal nachgeschaut die 5 Milliarden ist das eigentlich Verschwörungstheorie die 5 Milliarden die die USA in die sogenannte Demokratie in der Ukraine investiert hat ich habe da nochmal nachgeschaut auf der Webseite vom Weißen Haus whitehouse.gov Government ist die Rede abgedruckt ist sie noch dokumentiert von Victoria Newland wo sie sagt wir haben 5 Milliarden in die Ukraine investiert und wollen jetzt sozusagen das Ergebnis sehen das war vor dem Umsturz im Februar das war im Dezember 2013 als sie das gesagt hat und ich habe bei meiner letzten Reise zusammen mit Wolfgang Gerke im November 2014 in der Ukraine wir waren eine ganze Woche da wir haben unglaublich viele Regierungsvertreter regierungsnahe Intellektuelle und so weiter gefragt was ist eigentlich eure Vision von einer friedlichen Lösung und wir haben keine befriedigende Antwort gekriegt außer der Antwort Maidan auf dem Roten Platz Sturz von Putin und ich teile völlig das was gesagt wird das ist Spiel mit dem Feuer und ich glaube nicht dass das was nach Putin in so einer Situation kommen würde besser wäre als das was sozusagen Putin darstellt Vielen Dank Applaus ob gewisse Kräfte vorhaben den Maidan wobei mich das immer stört Maidan heißt einfach nur Platz das ist ja der Unabhängigkeitsplatz aber lasse ich jetzt mal weg nach Moskau oder nach Russland zu exportieren das kann ich mir schon vorstellen und vielleicht handele ich mir jetzt hier auch keine übermäßigen Sympathien ein dass ich das für absolut unakzeptabel achte steht außer Frage dass ich aber trotzdem der Auffassung bin dass auch in Russland nicht alles so ist wie ich es mir wünschen würde das will ich auch klar und deutlich benennen in Russland in Russland herrscht auch ein oligarchisches System und man lässt sie in Ruhe solange sie sich nicht in die Politik einmischen in Russland ist es auch schwierig und wir sind hier bei der Rosa-Luxemburg-Stiftung wie sozusagen NGOs arbeiten können oder nicht arbeiten können in Russland ist es sehr wohl schwierig kontinuierlich die gleichen Zugänge zu Medien zu haben wenn man eine andere Auffassung vertritt ich rede also was ich jetzt also was ich prinzipiell nicht mache Äpfel mit Birnen vergleichen und ich denke und ja das kann ja deine oder ihre Meinung sein habe ich nichts dagegen ich teile diese Meinung ich teile diese Meinung nicht ich glaube schon dass es einen Unterschied gibt das heißt nicht dass man in der Bundesrepublik sozusagen jeden Tag tausend Medien zur Verfügung hat um seine Meinung adäquat zu sagen ich glaube aber das ist ja wohl in den Möglichkeiten innerhalb der Bundesrepublik Deutschland oder der Europäischen Union gut bleiben Sie bei Ihrer Meinung ich habe eine andere und Russland Unterschiede gibt weil was ich glaube was ganz schwierig ist wenn man wenn man sich anschaut wie die Europäische Union wie auch viele Linker und ich glaube berechtigt debattiert haben als es um die Loslösung des Kosovo ging da ist mir schon ein bisschen schwummerig geworden weil das habe ich mir im Original angehört dass Putin auf einmal sagt so ungefähr das habe ich jetzt begriffen ich gebe zu meine Einstellung bisher war falsch es ist möglich so zu handeln und ich mache jetzt nichts anderes als im Kosovo passiert ist und ich glaube sehr wohl dass es berechtigte Gründe gibt darüber nachzudenken ob man das Völkerrecht verändern sollte ob es jetzt 70 Jahre nach Beendigung des Zweiten Weltkrieges sozusagen noch sakrosank und absolut feste gelegt ist dass geografische Grenzen nicht verändert werden dürfen aber noch ist die Rechtslage so und deswegen glaube ich ist in diesem Falle auch ein Bruch vollzogen worden den ich für relativ schwierig erachte will ich klar und deutlich sagen mit den BRICS-Staaten natürlich Russland ist in einer hervorragenden Situation dass es den ökonomisch mal schlechter geht mal höher ja das ist so aber sie sind ein sehr starkes Land und sie haben ganz andere Chancen selbstständig zu entscheiden wollen sie primär mit der Europäischen Union wirtschaftspolitisch sicherheitspolitisch außenpolitisch zusammenarbeiten wollen sie das primär mit China machen wollen sie das primär alleine machen wollen sie möglicherweise mit den BRICS-Staaten also mit Brasilien mit Indien China Südafrika zusammen sich dort mehr machen auf den Weg begibt sich ja jetzt Russland das ist aber auch selbstverständlich also wenn mir ein Partner sagt ich sanktioniere dich ich will eigentlich mit dir nichts zu tun haben deine Interessen interessieren mich nicht da würde ich doch genauso handeln das ist doch ganz klar also so gesehen deswegen sage ich kann es nicht im Interesse der Europäischen Union sein Russland auszugrenzen es kann nur in unserem Interesse sein eine vernünftige Zusammenarbeit mit Russland zu haben und ich glaube auch nicht das ist anders wahrscheinlich als in den USA das können sie viel besser einschätzen als ich ich glaube nicht dass die Europäische Union ein Interesse daran hat sozusagen die Person Putin von der Macht zu vertreiben weil sie sehr wohl weiß dass dann mit hoher Sicherheit auch dort nationalistische Kräfte einen Auftrieb bekämen was nicht Interesse der Europäischen Union sein kann und auch nicht ist Dankeschön so jetzt nachdem das Podium sehr diszipliniert war gibt es die Möglichkeit dass wir die zweite Fragerunde fortsetzen und auch da bitte ich einfach um kurze präzise Fragestellungen und dann hier vorne ist ein Mikrofon bei dem klar ist direkt reinreden und laut dann versteht man das auch Hallo mein Name ist und ich hätte eine Frage den Herrn Meersheimer direkt reinreden kann mich jetzt hören gut ich würde like to ask whether you think that had the russians not reacted the way they did as the United States originally expected would Ukraine as a country have benefited from the association agreement would it have strengthened democracy and the economic situation of Ukraine and then I yeah and then I would have a second question you spoke about the possibility of nuclear warfare and I would like to ask what would be the target of a nuclear strike hello my name is Elsa Ross it's on yeah Elsa Ross Bach and I want to address my question also to Professor Mersheimer I consider it a little benign to see this just as an error of the United States when we are talking about this is a comment then on my question we're talking about bringing Maidan to Red Square and so forth I don't hear about Maidan being brought to Washington I don't hear about any anxiety that Putin could topple Obama I don't hear about billions of dollars being invested in Russian NGOs to change the view and I hear about millions being invested by the US government to try to trash RT when I just gave an interview yesterday with RT and we have to be afraid that will ever be asked or interviewed by any other Western media if we even talk with RT so this is I think a very one sided and very aggressive world thing but I also want to ask since there is an irrationality also in the US policy about this aspect could it be that there was there is an attempt to create an image of the traditional Cold War threat to Western Europe in order to secure again a NATO alliance that has been falling apart where there's a lack of will really to join in to pay the money and all these things on the part of many European countries US came to Wales and asked and said everyone has to pay 2% of their GNP for military no one has except I understand Lithuania now and there's a lot of questions about the use of US bases here for war on terror that Europe considers illegal and the NSA so could it be that we want to create a situation where Europe says there's a reason still to have NATO because we don't really want to follow NATO to the Philippines now thank you yes hello can you hear me all right okay my criticism and implied question is actually primarily directed to Professor Mersheimer I think that it is actually dangerous to look at the situation such as the Ukrainian crisis solely through the lenses of neorealism for which you are the main proponent actually it is not that I disagree with the geopolitical reasons for Russian behavior in fact I strongly agree that the Western world has made a crucial error in ignoring Russia's geopolitical concerns however there are other aspects to consider that are equally valid or maybe even more so institutionalism for example can point to the US refusal to ratify the treaty on the control and regulation of conventional forces in Europe and how the US deliberately blocked Russian attempts at juridification of the OSCE it emphasizes the fact that currently there is a near complete absence of any important regional multilateral institution and thus no effective trust building measures liberalism stresses the point Russia's failure to significantly enhance diversify and thus modernize the Russian economy has led to a profound lack of deeper meaningful interdependency between Western Russia consequently this deprives all the actors involved of means of diffusing spirals of tensions and escalations and then of course there is constructivism that highlights how the collapse of the Soviet Union is perceived as a great humiliation and success of Russia unable to truly acknowledge the independent nature of former Soviet republics and simultaneously Russia has become now please stop we are not making a lecture on different political schools but it's up to questions implied the questions I know it is implied but there is a long row of other people wanting to ask questions and this is not fair to other people then I will come to the question directly to the neorealist aspect by if you by adhering solely to the neorealist perspective you are basically ignoring all these points or not so my biggest criticism would be not that the aspect is wrong but it has to be seen in conjunction with all the others and please give on the microphone hello my name is Alan Just I would like to ask Professor Mersheimer if the United States due to its enormous economic and military strength were to feel that it is in a position to take advantage of Russia's momentary relative weakness would it not want to put itself to catapult itself in a position where it could through encirclement through military intimidation be in a position where it can theoretically decapitate Russia militarily i.e. win a nuclear war just hand on the microphone to the next lady in line you're not in line is somebody else in line markets and continent i want to know your opinion to Vielen Dank. So, wer ist die Möglichkeit für die letzte Frage? Nein, nicht zweimal. Nein, nein, keine zwei Fragen. Es gibt auch andere, die zwei fragen. Nein, keine zwei Fragen. Elsa, nimmst du bitte das Mikrofon? Halt, stopp. Nein, kann die Technik einfach abdrehen, dann können wir... Da ist eine erste Frage. Alle, die vorher gefragt haben, haben ihre weiteren Fragen ja auch zurückgestellt und deswegen versuchen wir fair zu sein. Grossman ist mein Name, der Professor. Ich möchte ihn fragen, dass es nicht, es ist eine Repetition, was die anderen gefragt haben, aber ein bisschen stärker. Es würde mir sagen, dass die Politik der Menschen in Washington, wie Nuland und McCain und also Obama, sich auf der Türkei in einer anderen Seite in der Türkei zu beenden, in Deutschland, in Afghanistan. Now, one country after the other in Africa and also, for that reason, moving to encircle Russia. We saw it. First it was East Germany, then it was Poland, Bulgaria, Romania, and then came Ukraine and Georgia. It was their turn. Of course, China is the main goal too, but first they do want to take control of both these competitors or rivals, I would say. And if you look at the map, it seems impossible to disregard the fact that it is important for the USA to control the Ukraine for its own reasons of hegemony in the whole world. Can't you see that also? So, thank you to all the questioners for the exciting and important questions. Now goes back to the microphone and the Rederecht back to the podium. I would like to ask the people, who are now answering, to make sure that they can go to the peace. Please, John. The first question was a very interesting question. It's said that if the Russians had not reacted negatively to Ukraine's interest in science, then it's When we're signing the Association Agreement, and let's say allowing Ukraine to become part of NATO and allowing Ukraine to become part of the EU, would Ukraine be in better shape today? I think the answer is yes. And I think Ukraine would look a lot more like Poland, which fits that description, than Ukraine today. But the key point is, the Russians were not going to let that happen, and therefore it was not smart on the West's part, especially Washington's part, to push NATO expansion, EU expansion, and democracy promotion, all for the purpose of turning Ukraine into a Western bulwark. The second question was that the questioner pointed out that the United States is really the only country that seems to have a penchant or a proclivity for running around the world toppling governments. You don't see evidence that the Russians are interested in toppling governments the way the Americans are. I think that's absolutely correct. And I think what you have to understand, and this has bearing on a lot of the other questions, is that the United States views itself, as Madeleine Albright, the former Secretary of State said, as the indispensable nation. The United States believes that it stands taller and it sees further than than any other state on the planet. Most American policy makers, most American foreign policy elites believe that we have a right and a responsibility to interfere in the politics of every country on the planet. There's no question about that. And we are also, as you know, very powerful economically and militarily. So we are meddling in everybody's business. And this is why we place such a high premium on democracy promotion. So I agree with what that person said. Now that person also said, did the Americans create the Ukraine crisis to save NATO? Because NATO is in trouble. This is an empirical question. And I see no evidence that the United States even created the crisis, much less for the purpose of saving NATO. Again, this is my point about Talleyrand. We wandered into this one blindly. Nobody saw it coming. Therefore, it's hard for me to believe that we did it for the purpose of saving NATO. Now, this gentleman said that I'm a realist and it's dangerous to look at this crisis through realist lens. And he emphasized a number of other theories or theoretical perspectives for thinking about this. And I'll just take one of them, which is institutionalism. First of all, I really didn't look at it through realist lens. I just tried to figure out what happened. And I went where the facts took me. And I did conclude at the end that Putin was acting as a realist and the West was acting according to a more idealistic or a more liberal theory of foreign policy. And that included institutions. Now, this gentleman said to me, I think your problem is that you're not paying enough attention to institutions. But I think you're wrong. I was paying lots of attention to institutions. NATO is an institution. The European Union is an institution. So my point to you is that your beloved institutions are what caused this mess. It's just that those institutions were used in a very foolish way. Next question. And this is a question I think that's come up a number of times. Was the United States looking to take advantage of Russian weakness and basically wreck Russia? And the questioner asked me if we were, you know, thinking about decapitating Russia with nuclear weapons. Now, I think we are not, as foolish as American foreign policy can be these days, we are not thinking about using nuclear weapons against Russia. What we are interested in doing, I believe, as I said before, is I think we would like to topple Putin from power if we could, right? But I want to make this point to you. You have to think about what we were thinking, what the West was thinking before this crisis and what happened after the crisis. And again, there is no evidence that anyone was saying that Russia is dangerous and we have to decapitate it or even contain it before the crisis. It's really quite remarkable. Russia becomes the boogeyman. Russia becomes the font of all evil after February 22nd. And that's when we blame the Russians and that's when we go after Putin. But again, I don't think we would use nuclear weapons. Somebody then pointed out a question about a 1979 book that said every conflict is about natural resources. I actually don't think that's true. I think that there's one natural resource that is a potential source of conflict and that's oil. And I think that the reason the United States cares so greatly about the Persian Gulf is because of oil. But otherwise, I find it hard to imagine the United States actually getting into a war with Russia over resources or getting into a war with China over resources. So I don't, I don't deny that resources are sometimes a source of conflict. But I don't think that they are all the time. And I think the competition between Russia and the United States today or Russia in the West today and China and the United States and China and Japan is not about resources. By the way, just think, just think about China and Japan. There's a scenario that really scares me. You know, they're fighting over these rocks in the East China Sea. It's hard to believe that China and Japan might go to war over these rocks. The Japanese call them the Senkaku Islands. The Chinese call them the Diaou Islands. There's no natural resources there. In fact, there's nothing there. I don't even think anybody lives there. They're just rocks. But this is nationalism at play. Now, the question was asked about Victoria Newland and John McCain. And the point the questioner made, this was the last question, was that these people are interested in dominating the world. I think there's no question that's true. And I don't think Victoria Newland and John McCain are that unusual in the American context. What we have in Washington is groupthink. Some people refer to going to Washington as going inside the bubble. Because the Republicans and the Democrats basically think alike. There's hardly any difference between Madeleine Albright and Paul Wolfowitz. We have liberal imperialists and neoconservatives. And they both think that we are the indispensable nation. And they think we have a right and a responsibility to run the world. There's no question about that. And that's what was behind NATO expansion. But I'm saying in that particular case, before February 22nd, we were not viewing Russia as a threat. We saw Russia as going down. Russia was weak. That's why we thought we could have this in-your-face strategy of NATO expansion and Russia would do nothing. Because it was a weakling. right? It was China that we really worry about. That's the potential pure competitor on the horizon for the United States. Yeah. André, du bist diesmal als zweites dran. Also als drittes. Jetzt erst. Nun will ich Helmut Markow bitten, die Fragen zu beantworten. Nimmst du das Mikro oder? Ja, ja, ich denke, das geht. Du hast ja eine Hauptfrage gestellt. Auf die würde ich mich dann auch vorrangig kaprizieren. Nach einer Vorbemerkung. Hier wurde der Europäischen Union in der Europäischen Union in der Europäischen Union in der Europäischen Union zu werden. Ich sage klar und deutlich, selbst wenn die Ukraine das extrem anstrebt, die Europäische Union wird sich in den nächsten 10, 15, 20 Jahren aber mitnichten in diese Richtung begeben. Wenn ich alleine die Äußerung des zuständigen Kommissars gehört habe über die Westbalkanländer, die ja sozusagen in den Verhandlungen schon sind und dass man die jetzt nicht aufnehmen wird und dass man die Verhandlungen sehr weit nach hinten schiebt etc. pp. Also ich glaube, die Ukraine hat eine Erwartung, die die Europäische Union ihr nicht erfüllen wird. Und das sollte man den Bürgern der Ukraine auch sagen. Das gehört zur Fairness dazu. Und das macht man nicht. Du hast gefragt, welche Schritte der Deeskalation müssen gegangen werden. Ich glaube, das sind eine ganze Menge Möglichkeiten, die es gibt. Wenn jetzt der Internationale Währungsfonds und auch die Europäische Union darüber debattieren, ob man der Ukraine noch mal Kredite zur Verfügung stellt, egal ob über die makroökonomische Hilfe die 1,8 Milliarden oder ob es 17 Milliarden über den IWF sind, dann bin ich dafür, dass man das tut. Aber man muss das an Bedingungen knüpfen. Und ich glaube, die Bedingungen sind Einhaltung des Minsker Abkommens. Das ist die Grundvoraussetzung. Zweitens Verlangen von der ukrainischen Regierung, dass sie selbstverständlich alle Regionen gleich mit Mitteln versorgt und den Aufbau betreibt. Drittens glaube ich, existenziell ist, dass das, was immer versprochen worden ist, die Verfassung der Ukraine muss geändert werden. Ja, die muss geändert werden. Es muss in die Verfassung mehr Selbstbestimmungsmöglichkeiten der Regionen verankert werden. Wie weit man das treibt, kann man politisch ausdebattieren, werden wir eine Abenddebatte. Aber das muss passieren, sonst werden wir das Problem dort nicht auf Dauer lösen. Ich glaube, wir brauchen außerdem in diesem Prozess eine stärkere Einbindung der OSZE. Weil ich glaube, das ist wieder ein Gefühl. Ich weiß nicht, ich will nicht sagen, das ist so. Aber die Ukrainer akzeptieren, egal auf welcher Seite, ob in Ost oder West die OSZE viel mehr als die Europäische Union als möglicher ehrlicher Makler, weil sie sich bisher noch nicht einseitig auf eine Seite geschlagen hat. Und ich glaube, dieses Instrument muss man viel stärker spielen. Nächster Punkt. Wenn man Russland nicht in eine gemeinsame europäische Sicherheitsarchitektur einbindet, wird man dieses Problem auf Dauer nicht lösen. Und da muss sich die Europäische Union auch emanzipieren. Die Europäische Union hat andere Interessen als die Vereinigten Staaten von Amerika gegenüber Russland und in der Einbindung von Russland. Ich glaube, der nächste Punkt, der unbedingt notwendig ist, wenn man das alles deeskalieren will, man muss das Assoziierungsabkommen neu verhandeln. Man muss die berechtigten Probleme, die ja dieses Assoziierungsabkommen im Verhältnis dann, ich sage nur ein Stichwort, Warenaustausch, Ukraine, Russland wegen Zöllen. Das muss man mit lösen. Damit kann man wieder schon ein Stückchen deeskalieren. Ich glaube auch, dass eine Bedingung ist, dass man die Sanktionen gegenüber Russland beendet. Weil Deeskalation bedeutet nicht nur Deeskalation in einem Bereich, sondern bedeutet Deeskalation in dem gesamten politischen Umfeld. Und letztlich, wenn hier oben in den Köpfen nicht einzieht, wir haben Probleme auf diplomatischem Wege zu lösen. Wir haben Verhandlungen zu führen. Und wenn sie noch so anstrengend sind und permanent mit irgendwelchen Eskalationsschrauben gedroht wird, dann wird sich auch in Zukunft an einer oder anderen Stelle, das mag dann woanders sein, solche Prozesse wiederholen. Und ich glaube, das ist eine Chance, jetzt insgesamt zwischen den großen Interessensblöcken dafür Sorge zu tragen, dass der Verstand wieder einkehrt. Ja, André, schließt du dich dem Appell an die Vernunft und den Verstand an? Ich schließe mich dem ausdrücklich an. Ich will ausdrücklich nochmal sagen, auch die Bedingungen teile ich, die gestellt werden müssten, um überhaupt finanzielle oder ökonomische Unterstützung für die Ukraine zu liefern. Ich möchte nur noch eine zusätzliche erwähnen. Du hast die vielleicht vergessen. Was ich wirklich zentral finde, ist, dass die unkontrollierten, bewaffneten Gruppierungen in der Ukraine aufgelöst werden. Das war auch in Minsk 1 schon ein Thema. Das sind die freiwilligen Bataillone, das sind die Gruppen des rechten Sektors, die ja nicht nur an der Front, sondern zum Beispiel auch in Odessa oder woanders agieren. Das sind die Privatarmeen der Oligarchen. Das habe ich gedacht, aber ich wollte es einfach nochmal erwähnen. Ich teile das völlig. Ich will aber trotzdem meine Skepsis zum Ausdruck bringen, was die Kräfteverhältnisse angeht. Ich habe nicht das Gefühl, dass die maßgeblichen Kräfte auch in der Europäischen Union und auch in Deutschland wirklich ein Interesse an einer Deeskalation haben, wie du sie darstellst. Warum wird wenige Tage nach Minsk 1 die Sanktionsschraube gegen Russland weitergedreht? Warum wird am Tag nach Minsk Eintreten der Waffenruhe von Minsk 2, die wir völlig unterstützen, weitere Sanktionen gegen Russland gemacht? Es wäre doch ein Schritt, wenn man sich doch einmal geeinigt hat in Minsk, was wir völlig unterstützen, wenn man sich da nach langen Verhandlungen geeinigt hat, dann auch Zeichen der Deeskalation zu senden, die Sanktionsschraube zurückzudrehen, auch die Rhetorik zurückzufahren. Ich habe den Eindruck, seit dem Abschluss der Minsker Verhandlungen in den deutschen Medien, in den Reden auch zum Teil, ist die Rhetorik eher noch verschärft worden in den letzten Tagen. Und das ist, was mir Sorge macht. Ich glaube, wir haben trotzdem in Deutschland, glaube ich, eine gute Ausgangsposition. Ich glaube, das ist auch ein Punkt, was John auch sehr interessiert an der Debatte hier in dem Land. Es waren über 80 Prozent, die nach Umfragen von Emnet in Deutschland gesagt haben, sie sind gegen eine Bewaffnung der Ukraine, jetzt vor drei Wochen etwa. Ungefähr zur gleichen Zeit, wo der Artikel in der New York Times erschienen ist. Und wir haben eine Stimmung in dem Land, das merkt man auch heute Abend wieder, das merkt man auf vielen Veranstaltungen, dass es sehr, sehr kritisch gesehen wird, wenn die Eskalationsschraube wieder gedreht wird, wenn auch gelogen wird, was ja nun häufiger vorkam, auch in den öffentlichen Medien. Und es gibt sozusagen eine kritische Grundstimmung in der Bevölkerung. Und ich glaube, es kommt neben all dem, was Helmut gesagt hat, auch darauf an, wie gelingt es uns, diese kritische Stimmung auch politisch wirksam werden zu lassen. Auf der parlamentarischen Ebene natürlich auch natürlich im öffentlichen Diskurs, aber eben auch in der außerparlamentarischen Bewegung. Ich glaube, da müssen wir einfach stärker werden. Wir brauchen eine starke Bewegung in Deutschland gegen einen Kriegskurs. Und ich glaube, es ist höchste Zeit, eine solche Bewegung aufzubauen. Und wenn die Veranstaltung heute Abend einen kleinen Beitrag dazu geleistet hat, dann freue ich mich sehr. Ich möchte aber trotzdem nicht versäumen, noch Claudia Heid zu danken, die die schwierige Veranstaltung moderiert hat, hier mit den drei Hähnen hier vorne und dem Publikum. Also es war eine tolle Moderation, Claudia. Vielen Dank. Ja, danke für die Blume, lieber André. Ich will trotzdem alle noch um fünf Minuten Geduld bitten. Bitte noch nicht rausgehen. Zum einen hat Helmut mich gebeten, kurz in einem Satz etwas klarzustellen. André, ich glaube, das war ein mies Verständnis. Ich habe auf die Frage von Claudia geantwortet, was ich glaube, was notwendig ist. Ich habe damit nicht gesagt, dass ich glaube, dass die Bundesrepublik Deutschland in jedem Fall meine Auffassung teilt. Also um das klar in Deutsch nochmal zu definieren. Ne, es sind viele Fragen hier nicht beantwortet, weil es einfach ein so komplexes Thema ist. Ich möchte aber gerne unserem Ehrengast noch eine Frage stellen. I would like to pose the last small or maybe big question to our guest of honor as we are having this discussion in Germany, in Berlin. And as we know we are living in one world, that the discussion in one country might also influence the discussion in other countries. I would like to know from you, what do you expect from us here in Germany? What mood should we create to influence maybe the discussion in the US? Is there something we could do to, yes, gain the momentum for diplomacy, for a more realistic and therefore more peaceful political solution to this conflict? So it's maybe the last words for you here this evening. My basic view about the United States with regard to this issue is that the situation is almost hopeless. However, I have hoped all along that the Europeans and especially the Germans would pursue an enlightened policy and in a very important way force the United States to go along. I think, by the way, this is what happened with regard to arming the Ukrainians. Obama was under a tidal wave of pressure to arm the Ukrainians because the sanctions are not working. And what I believe saved him was Angela Merkel came to the White House and told him in no uncertain terms that it would do enormous damage to the alliance, to the transatlantic alliance, if the Americans went ahead and armed the Ukrainians. So I think in that particular case, the Germans did exactly the right thing. I think, as I said to you before, in April 2008, at the Bucharest Summit, Angela Merkel again did the right thing in fighting against NATO expansion. However, I don't think she and the German government have been doing the right thing in general since the February 22, 2014 coup. And I think going along with sanctions and trying to put more and more pressure on Putin and trying to continue to make Ukraine a part of the West is not the way to go. So I think the best thing that could happen in Germany is if a massive wave of support developed for diplomacy, for trying to make Ukraine a neutral buffer state, which it effectively was from 1991 to 2014, explicitly taking NATO expansion off the table, explicitly taking EU expansion off the table. If the Germans, and the German government in particular, began to push in this direction, the Americans would not have a lot of choice but to go along. Because the Americans are very wary of causing a transatlantic split. So the fact is, the Germans have a lot more leverage than they realize. But the problem with the Germans is that they don't like to exercise that leverage. Germans are very uncomfortable with power. They're very uncomfortable with the idea of getting tough with Uncle Sam. But I'll tell you something, it is in your interest to do everything you can to shut this one down. Because if we continue on the road that we're going down, this one is going to get worse and worse. And it's going to have much more negative consequences for you than it is for us. One of the reasons that we are so cavalier, so careless about the exercise of power, is we have the Atlantic Ocean and the Pacific Ocean between us and all of these hot spot areas. And furthermore, we are incredibly powerful. You Germans are on the front line here. Ukraine is not far away. You do not want this one to get worse. And if you let the Americans have their way, it will get worse. So I think it's high time for the Germans to stand up to the Americans and push a much more sensible policy, again, that emphasizes diplomacy and not military force, and making Ukraine basically a neutral buffer state. So, nochmal ganz herzlichen Dank an die drei Podiumsteilnehmer. Danke an das Publikum. Wir haben viel zu tun. Danke für den Appell am Ende und eine gute Nacht und einen schönen Abend.